ja und du sammelst jetzt ein ja mach ich irgendwie könnte ich noch ein paar stunden pennen zum glück habe ich morgen acht stunden hast doch den ganzen tag gependelt also die ganze nacht irgendwie meine zum glück habe ich nur sechs stunden morgen ja ich muss noch mal mit jonas reden wie wir das morgen machen ich glaube ich schreibe ihm gleich mal bei whatsapp wie wir das morgen machen weil nämlich ich habe die ersten beiden sowieso frei und dann die dritte führte die fällt auch aus das heißt dann könnte ich rein theoretisch noch mal zu ihm fahren und dann reichen irgendwie zocken weißt du hast geschlagen von wem von jonas an sich die kann man ja bloß die ganze zeit frei haben eigentlich zehn stunden aber die hälfte fällt einfach mal aus der erste zweite habe ich ja sowieso frei das finde ich total bescheuert weil ja zwar die ersten beiden frei dafür muss ich dann bis zur zehnten da bleiben und dann komme ich noch nicht mehr gescheit nach hause weil unser bus so scheiße ist ja da gebe ich dir recht manche leute können halt einfach keinen bus fahren zum beispiel der erbse aber ich meine jetzt hier von den fahrzeiten weil da müsste ich da also ich komme ja nicht mehr pünktlich runter der bus fährt nicht nach oben selbst wenn ich rennen würde würde ich nicht pünktlich runterkommen und also müssen nämlich irgendwie 20 minuten früher raus lassen und ich denke nicht dass sie das machen und ja da habe ich nicht zum bus donnerstag da hatten wir vorher mal in vertretung er hat uns einfach mal 20 25 minuten früher raus gelassen ok war irgendwie schon geil müsste ich mal nachfragen ob frau carolus das vielleicht auch macht aber ich glaube es eher nicht kannst du knicken macht die nicht ja da muss halt meine mutter mich irgendwie mitnehmen oder so keine ahnung oder ich muss halt mal wieder schwänzen weil die ist eigentlich ganz schön behindert ich schwänze eigentlich nie schule aber irgendwie nur französisch wenn ich mal irgendwie keinen bock habe weil französisch ist immer an den beschissensten zeitpunkten und außerdem mit den beschissensten lehren weil sie doch ja macht schale else bach else bach else bach der else bach kommt der else bach kommt nein wir haben jetzt ja auch feld 20 gekauft das könnten wir ja auch sehen irgendwie bestimmt fällt mir gerade so ein dass er vielleicht rein theoretisch machen könnte ich tun könnte ich aber auch einen bock außenrum zu fahren ich fahre einfach querfeld ein aber diese scheiß geschwindigkeitsbegrenzung mehr die fack voll ab okay das wird über diesen verfickt sparen angezeigt oder ich habe irgendwas falsch ausgewählt bei der gerätschaft das könnte natürlich auch sein ja das kann sein keine ahnung was so ausgewählt haben muss ja wahrscheinlich weil bei mir was so als ich um die kurve gemäht habt dann war anscheinend vorne das mählwerk schneller als hinten das und hinten weil ich das hinten ausgewählt hatte wurde halt nichts angezeigt aber vorne das hat irgendwie nicht weiter gemäht das finde ich irgendwie ein bisschen kacke müssten wir mal ein bisschen dran rumspielen dass das nicht mehr so ist ja so parken wir den einfach hier hin ich fahre nämlich lieber mit dem unimog erst mal motor ausschalten nur weil ich höre doch sogar hier wie hier im motor ausschaltet okay ja auch die ganze zeit den unimog motor also meinen oder den anderen den anderen mit dem ich jetzt gerade wieder fahre den habe ich schon von voll weit weg gehört irgendwo schade hätte er klappen können ich war die falsche scheiße nach wir wollen das jetzt eigentlich machen wollen wir jetzt hier das was hier auf dem feld ist also auf 15 zu den kühlen bringen und den rest da oben hin also zur bga oder wollen wir erstmal alles zu den kühlen bringen und dann zur bga und so ich habe keinen dunkel auf das mal gemacht eigentlich haben wir uns da ja mal irgendwas ausgedacht aber irgendwie habe ich das schon wieder vergessen ja irgendwie haben wir das dass das feld hier unten haben wir in die bga gefahren und oben das feld in die ding in die kuhweide ja dann mache ich das glaube ich so da muss man hier gucken wie der schwad ist wieder einsammelt ich habe das ein bisschen komisch gespart hier okay ja klappt schon irgendwie und was nicht passt wird passend gemacht ich kann ja auch mal ein bisschen was liegen lassen oder so macht ja auch nichts wir haben ja genug gras über das feld rennen und dann noch ein bisschen was rauchen und so das finde ich voll schade dass es das bei der es nicht gibt dass du so sachen anpflanzen kannst die dann halt also so 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 keine ahnung was anpflanzen kannst irgendwas halt und das dann irgendwie an drogen die da verkaufen kannst auch nee ich mache jetzt mal keine mission es war nicht mehr so lange oder eigentlich eigentlich noch zwei minuten oder so also ich habe so das gefühl jonas kommt nicht mehr dann nehmen wir jetzt halt nur zwei minuten auf und nehmen dann nächstes mal wieder mit jonas auf weil sie dann endlich mal genau das wollte ich auch wir können ja sagen das nächste mal ja jonas entweder um 11 uhr abends oder so da oder wir nehmen alleine auf würde ich jetzt so sagen oder was heißt ich meine jetzt sehen das nicht da ist kann man das ja mal sagen aber irgendwie kann ja sowieso niemand jonas leiden also ja können wir bestimmt welche jonas leiden können ja die abonnenten die nicht nur dich abonniert haben sondern auch jonas weil solche gibt finde ich aber schon irgendwie ein bisschen komisch dass irgendwie ja keiner jonas so wirklich mag ich weiß nicht ich weiß nicht was die leute gegen ihn haben hauptsache mich können alle leiden ja die können irgendwie alle leiden das stimmt ja ne 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 ich kann dich nicht leiden du bist voll scheiße ja ich weiß auch nicht der rené der ist echt komisch ne natürlich ja so einmal einparken oh oh das kann nichts werden oh hier sind ja ganz viele im betrag ja da wo ich den unimog hinstellen wollte das für den großen mb-trax soja ja genau stimmt aber ich habe das nicht gesehen und deswegen bin ich da schon mal reingebreddert ach so sehen sollte ich haben wir dann hier noch irgendeinen zweck da das packt ich nehme einfach mal den mb-trax weiß ich nicht ich habe hier den unimog also der würde das packen aber der ist halt benutzt wie schalte ich denn den schwulen mb-trax nicht den schwulen mb-trax so böse bin ich nicht ich habe es gehört da ging ja nämlich gerade irgendwie an da wurde es gerade irgendwie lauter ja laura tussi romeo senore genau ok ja wo ist denn diese maschine äh weiß ich nicht irgendwo da drin oder so ich sehe sie schon was soll ich denn da sehen fällt 20 auch raps äh ja für 20 haben wir eigentlich jetzt mal irgendwann mal gerste gesät und haben mal ballen gemacht nö oder ich glaube jonas hat hier gerste gesät auch fällt äh was ist das jetzt mit jetzt mal dieses mal ne aber sonst haben wir das alles nicht gepackt mal ne sonst haben wir es immer verkackt irgendwie da waren wir ein bisschen zu doof dafür oder so oh da war ein stein ich bin über den stein drüber gefahren oh mann mike ey das kannst du halt so nicht mach ich nicht das war schon voll einfach gut weil die äh äh folge jetzt gleich wieder vorbei ist äh stelle ich einfach nur den mb-trax da hin kannst natürlich machen und wir lassen ich bring jetzt noch kurz hier das ganze gras weg und dann verdichte ich noch ein bisschen und da mal gucken vielleicht kann ich ja dieses mal schon die plane drüber machen weiß ich nicht wie viel da rein passt und dann lassen wir äh das nächste mal wieder jonas sehen ok bin ich mit einem verstanden der jonas der macht das schon voll gemein so äh spurreiser und b der spurscheiser v und äh 2 kann ich da kann ich beim sehen kann ich mit 2 fahren ne äh ja eigentlich schon glaube ich zumindest ist das bei dem mb-trax so ja bei dem b machen wir nicht dann wird das halt bei dem anderen mb-trax auch so ja und was hast du jetzt noch vor also ich bring das jetzt noch weg so nein ich meine nach der aufnahme ach so ok weiß ich noch nicht meine eltern sind ja gerade wieder kommt also kann ich noch schnell alles rendern und dann noch hochladen und so dann muss ich noch ein paar thumbnails machen ja ich habe heute morgen auch erst mal noch video gerendert und so ich dachte ich kann das hier schon abkippen aber dann konnte ich das anscheinend doch nicht und habe einfach den abgehangen abgehangen ok ich habe heute morgen einfach mal video gerendert und video veröffentlicht als ein anderes video was ich gestern abend gerendert habe ich muss heute nacht noch die ganzen videos für nächste woche hochladen fällt mir so ein weil ja ich habe halt die videos zwar schon alle hochgeladen aber auf dem falschen kanal und zwar auf dem kanal von qwild das heißt ich muss jetzt alle nochmal hochladen weil man die ja nicht da transferieren kann lol was hast du denn mit dem kanal von qwild zu tun mittlerweile ja da lade ich auch immer mal videos hoch also da machen wir ja manchmal nachrichten in letzter zeit weniger aber nimmst du die auch teilweise auf die nachrichten oder was ja teilweise also je nachdem wer halt alles da ist in letzter zeit nimmt meistens klebe auf und dann labern wir halt irgendwie in den nachrichten und ja habe ich schon lange nicht mehr geguckt auf dem kanal von qwild ja da ist auch schon ein paar wochen nichts mehr passiert weil wir halt einfach irgendwie keine zeit hatten nachrichten aufzunehmen müssen wir mal wieder machen ja ich habe auch selbst also das silo ist jetzt zu 99 prozent voll und deswegen würde ich sagen mache ich das jetzt einfach mal zu ja es lohnt sich nicht mehr nochmal extra reinzufahren stelle ich mich hier hin und jetzt zudecken ja wenn du fertig bist dann habe ich auch ein viertel Feld ok jetzt ist das silo zu gern ein prozent mal gucken wie lange das dauert dann können wir das nämlich hier an die kühe verfüttern und dann machen die mehr zeug dann können wir uns ja auch ein paar mehr kühe kaufen würde ich sagen ja wie viel geld haben wir eigentlich jetzt schnell den unimog weg also zu hause 64.000 und dann halt auf der bank nochmal 200.000 ist das komplett voll auf der bank ja sollte eigentlich warte ich gucke nochmal kurz nach äh ja wir haben keinen kredit aufgenommen warte wie viel haben wir auch jetzt zu hause praktisch 64.000 jenheim auch 65 ja 265 schon mal ganz gut was drin ich denke mal dass wir beim nächsten mal ernten können wir können ja mal gucken wie viel der Big M kostet und dann uns den vielleicht kaufen ich glaube 450.000 oder so oder 400.000 kann natürlich sein keine ahnung so kannst du ja hier oder ich fahr dich jetzt mal kurz um oder ne ich fahr dich nicht um so gemein bin ich ja nicht stell mich jetzt nur hier hin so anhalten bitte ja warte ich will nur gerade hinstellen damit jonas nichts mehr einfach nur weiterfahren muss ne sonst kriegt das ja wieder nicht hin ne hehehe hast du ja fast achso ich hänge fest kann ich nichts hören oh 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 das ist aber knapp hier ne 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 so knappe singen so knappe dinge darfst du nicht mehr machen jo könnte gefährlich enden jo springen wir mal hier ne das geht nicht oder geht das warte vielleicht hier vorm Dach nein man kann nur man kann nur da rein also drauf ja ok dann starten wir in diesem ganz tollen Lagerbillwagen wo wir gar nicht drinnen stehen aber nein doch ja äh nein hören wir auf nicht starten wir können wir ja das nächste Mal starten dann haben wir schon mal einen Platz wo wir starten müssen wir uns nächstes Mal nichts ausdenken ja genau ach ja ok dann würde ich sagen ähm ja waren das jetzt halt nur nochmal zwei Folgen ohne Jonas weil der einfach nicht da war und dann ist er vielleicht das nächste Mal wieder da jo und ja dann sehen wir uns beim nächsten Mal ne alles klar tschüss bis zum nächsten Mal ja yay bis dann tschüss